Zwei Stück sollen wir brauchen, weil die Drop so im Schnitt 16 bis 26 und um die Rüsse zu bauen brauchen wir halt 30. Wenn sie ein bisschen mehr Drop kann man auch noch so eine große Waffe bauen. Aber auch die, naja, voll sie zu haben, aber es war es dann eigentlich auch schon. Jo, kein Würmchen, egal. Ich kann ja auch wirklich nochmal normal rausfliegen. So. Aua. Oh, der hat ein Siegel. Stirb schneller. Wie viel Schall macht die mehr? Oh, 13. Das ist natürlich heftig. So. Jetzt haben wir, hm? Doch, die Wax. Da kommen wir jetzt nochmal. Da haben wir es hinter uns. E-Shirt. E-Mask. Ja, toll. Spielkram. Könnte wahrscheinlich so reichen, wenn wir jetzt schon 26 haben. E-Mask. Na, fehlt eins. Glaub ich. Oder? Brauchen wir davor 8? Whatever. Gut, soviel dazu. Ja, ich wollte hier raus schwimmen praktisch. Oh, raus. Nur mal raus fliegen tun machen. Äh, das wollte ich nehmen. Gut. Ja. Irgendwo noch einer ist bald vielleicht. Heimlich, unheimlich. Ja. Dann ist egal. Da nicht, da nicht, da nicht. Egal. Wider. Hoppala. Ja, ja. Du mich auch. Oh, es regnet und es ist Nacht. Es ist dunkelmäßig dunkler, sozusagen. Und es ist Tag geworden. Äh, aber nichts daran ist, dass es dunkel bleibt. So. Mischen wir die Karte aufdenken. Why not? Wir können es ja. So, da sind auch noch so Pizze. So. Einmal runter. Ja. Jetzt fahren. Gut, das reicht auch schon. Ich wollte nach Hause verliegen. Nein. Wir werden es schon die Map benutzen. Äh, ja. M. Hallo? Achso, ja. M. Nicht N. Ist ja nicht die Nap. Challenge. Die Map benutzen. Glocken, ding, ding, ding. Ich lasse. Hier ist alles ganz gut. Die Masse ist alles ganz gut. Und dann kann man schon mal in der erste Malen. Glockenze. Wenn ich das Ganze aufsteigen machen kann, dann geht es mal. So, mal wisch die Karte ausblenden. Bisschen die Flügel, wisch. Äh, Staunen, Kuppeln, Wachen. Freebie Trophy, ja, super. Ja, Sumse Bienenmaske. Toll. So, lass mal ein bisschen einräumen, bevor wir hier basteln. Ja, Quickstack wollte ich nicht, ich wollte einfach nur linksen. Zum Beispiel, Moment, haben wir nicht irgendwo dieses... Hallo? Ne, wir haben eben noch nichts von der Bienen-Königin. Doch. Haben wir. Egal. Äh, ja, komm, hier, Vanity und so. Heiflund. Ah, was ist denn klar. Ja, davon haben wir auch schon so viele. Ach so, Magic. Damage. So, warte mal, jetzt da. Und da ist leer. Kann man sie da hin. Bisschen leicht umsortieren kann man ja... Binate, die könnte man sicherlich... oder Binate, whatever, kann man sicherlich Quickstacken. Zum Beispiel so, wo war die überhaupt da? Ja, gute Augen, auch was Eier kaufen. Äh... Äh... So, da ist eines. So, und das da hin. Da ist das da hin. Da ist das da hin. Sprich hier den Müll. Irgendwo war das auch. Ach, da ist das Quickstack. Bottle, Honey, Honey. Äh... Toll. Okay, machen wir es mal so. Schna, ich nerv. Ja, den haben wir schon aktiv. Wo ich die immer noch in der Tasche habe, keine Ahnung. Oh, my God. Rufen wir ihn auch mal. Das wollte ich behalten. Das auch. Das sowieso. Das soll hier nicht rein. Das sieht doch schon mal... Äh... So, jetzt sieht es wieder aus. Ja, und das wollte ich auch noch mitnehmen. Ähm so. Äh... Äh... So... ...Möbel. Dann sind wir zur Zeit mehr mit einsortieren, als mit irgendwas anderem beschäftigt, aber... Naja, muss halt auch sein. Irgendwann habe ich doch diesen Hive-Bond schon versteckt. Aber... ...z.B. da, wo ich ihn eh reinführen wollte. Ich wollte sagen, aber... ...ich tue sie in die Bastelkiste und... ...na, kann man da auch mal raten, wo sie ist. Irgendeine Bastelkiste, äh... ...ja... ...schön, dass wir drüber geredet haben. Ja, gut, da brauchen wir ein paar mehr, will ich aber jetzt nicht noch mal rufen, das wollte ich machen. Wie ein Breath-Blade. Wie ein Breath-Blade. Jetzt nehmen wir die mal so Just for Fun an. Also... ...als... ...Lanity und so. Ein Sumsimmer mit Fischflügeln. Ja. Ähh! Gut, dann... ...so gut, dass wir mal darüber geredet haben, jetzt wollte ich mal weiter basteln da unten. ...der Leventenden. Ja. Ja, vorher hol ich noch was. Ähh... Bastelkiste? Ja. Hups. Da haben wir ja Dörte dabei! Ne, alles weggequickstackt. Ich wollte jetzt was anderes und hab's natürlich genau wieder vergessen. Super! Wo war's jetzt mal die Dörte? Vielleicht fährt's jetzt mal wieder ein. Jetzt weiß ich was ich wollte. Aus der Bastelkiste. Den Extended Grip. Wenn wir schon mal im Bound sind, dann können wir den ja auch mitnehmen. Ja, ich behalte die Rüste erstmal an. Es ist eine... Es müsste eine... Gucken... Minion, Minion, Minion... Ja, eine Minion muss sie sein. Also, ne, sollte man das schon... Vom Hard Mode in Kombination mit dem... Stab... Sich farben. Also ein paar mal mehr die... Bienenkönig... Königin... 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 So. Wie gesagt. Vom Hard Mode. Gut. So. Nur zum angucken. Sieht denn die Kacke aus. Egal, wir sind heute immer bunt. Ja. Zu spät. Zu lang. So. Jetzt wollen wir jetzt mal den anklönen. Ja, komm. So. Ich wollte mal den Abstand 8 machen. Ja. Ja, ich weiß nicht, bin lange. Macht nicht egal. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Quatsch. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8 Quatsch! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Quatsch! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quatsch! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klopp! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klopp! Gut. So, den können wir jetzt hier erstmal wieder wegnehmen. Das mache ich hier mit Fackeln, denke ich mal. Genau, beleuchten wir das erstmal fertig. So, hier müssen wir ja auch das machen. Wir haben ja noch 2 Stück, das ist ja richtig viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, klopp! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klopp! Gut, so viel dazu. Weg damit, es stört da. Mann, das sind 4.000 von Viechern hier. So. Gut. Wie machen wir das denn mit den Fackeln? Äh. Doch, den Extendor-Crip brauchen wir gerade mal nicht. Die tauschen ich mal aus. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Äh. Von da an mache ich mal 1, 2, 3, 4. Das müsste mittig sein. Ist es aber nicht. Das ist wirklich was zu tief. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann jetzt halt nicht machen. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 gut dass das jetzt mal so 1 2 3 5 so zur orientierung nämlich wahrscheinlich wieder raus so jetzt müssen wir welche bauen genau ja behalte ich noch an ja man das hat pylos ich jetzt noch irgendwie kann ich die ja nicht mehr tun wie ein wach und aus noch irgendwas bauen keine ahnung ich wollte danach mehr brauchen erstmal nicht noch ein paar lämpchen lämpchen bauen lämpchen lämpchen dazu muss ich muss ich genau muss ich dahin wo ich das dinge gebracht habe zum beispiel rüchteweise angeblich ja 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 ich auch bei ihr aber gut dass wir mal darüber geredet haben was wir den rumwegen gehen kennen wir ja schon ja übrigens was mir dabei fällt ich finde übrigens immer noch text story also das ist macht zumindest es macht es halt einfacher noch so die videos zusammenzuschneiden zu synchronisieren und sie hat ein bisschen mehr komfort wie platz finde ich so wo ist der wula da ist er auch gut vor sich hin 1982 grab 3 operative ab 12345678 Single 11 Zone Äh, ja doch. Nein, ja. Erzählt da irgendwie was. 1, 2, 3, 4, 5. So passt es besser. Sieht besser aus. Ich meine, es knickt ab und es ist so rundmäßige Dings. Ja, whatever. Sieht trotzdem irgendwie kacke aus. Also was machen wir? Da einen hin. Den weg. Ja. Ja, bleiben wir jetzt dabei, ist es egal. Gut. Jetzt wollte ich hier was machen. Nicht von oben machen. So, den... Na, brauchen wir erstmal nicht. Mal wieder den. Da. Warum sammle ich das immer wieder ein? Keine Ahnung, weil Geld ist. So, jetzt wollte ich hier was machen. So, das kann ja alles so bleiben, größtenteils. So, nehm ich doch wie ein Extender Grip. Nehmen wir das mal hin. So, nehm ich doch wie ein Extender Grip. Tacken wir das hier mal zu. Was war das? Egal. Es ist tot. Wahrscheinlich so ein Vieh da unten. Wenn ich mal tierisch auf den Kick gehen will. Obwohl das schon tut. What immer! Ne, das Licht lass ich mal da. Obwohl. Das passt irgendwie nicht so. Ne, Fensäge. Ja. Kommt demnächst angescheißert hier. So, das tacke ich mal mit Absicht zu. Die Race ging mir immer auf den Nerven. Aber das kennt man ja von ihnen. So, machen wir es mal so. Das kann da drinnen bleiben. Sieht ein bisschen blöd aus mit Nullübergang und so. Aber egal. So, den mache ich jetzt halt so. Ah ja. So, wie hoch wollte ich das machen? Vier Stück. Ja. Vier da drüber. Das passt schon irgendwie. Weil dann kann ich immer noch die Dingenswand, sag ich schon. Die, äh, Tempelblockwand, Blizzardbrickball, whatever. Dazwischen erhöhen, vertickern, whatever. Na ja, kommt der nicht an mich ran? Wie sie da überhaupt hingekommen sind. Ach so, ja. Sie können ja durch Wände fliegen. So, das reicht jetzt erstmal. So, das reicht jetzt erstmal. Na, pass mal da rein, du Dingens. Du Wehrdingens. Ja. Ja, super. So, hier ein bisschen. Ja, ich hab da was vor. Man glaub es kaum. Ja. Ja. Weil ich hab mir mal wieder die Map angeguckt mit dem Map Viewer. Und da ist mir so eine Idee gekommen, wie ich das voll machen kann. So, das kann man so lassen. Ja, denk ich mal. Ja, aber jetzt komm ich da nicht so rein. Ein bisschen größer mach ich das mal. Ja, komm. Habt ihr nicht? Krem. Krem. Kommt noch dann alles ran. So. Ja. Hallo. Licht und so. Da klickt jetzt schon wieder irgendein Frosch drauf rum. Bisschen schief machen und krumm. So, wie es halt geht. So. Das müsste eigentlich passen. Ja, sieht gut aus. Hier auch ein bisschen Schiebung krumm. Ne, sprich uneben und so. Hier mal überall so ein bisschen uneben. Von unten meine ich überall und da. So. So. Schiebung krumm. Zwei. So. Das sieht mir noch zu unnatürlich aus. Aber das kann man so lassen eigentlich fast. Ja, nicht nur fast. Joa, das passt schon irgendwie, da tappe ich noch mal was ran. Da tappe ich noch mal was weg und dann passt das schon wieder. Die Pfitze lasse ich dran. So, das sieht auch gut aus alles, hier schrägen wir es noch mal ein bisschen an, das geht auch irgendwie schneller als ich dachte bisher das da auszufüllen, das wird nicht gerade so ein bisschen, dass dieser Übergang nicht so ist, stört mich halt so und bla, ja das kann so weck ich nicht bleiben, weil es scheiße aussieht so. Das wird gleich an der Vorwache schon ändern. So, oben zu, dass da nix reinfällt. Da brauche ich mal einen Dicker. Ja, und ich will wieder einen Dicker Witz machen, der auch noch 100 Mal erzählt, genauso witzig ist Bilo. So, das erste Mal spricht gar nicht. So, da schrägeln wir alles an. So, das ist eine Aufmerksamkeit, die alle Menschen aufpassen, das manuscripts-aktiv-aktiv-material und Ich will wieder den Abitur oder die Abitur hinterlassen, naja. So, ich will wieder hier runterpacken. Nein! Boa, du näst! Danke! Bis sterben, sozusagen! Duuuuude Äh 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 Jaaa Das bin ich doch wieder weg Ja bitte So Das zack ich doch mal wieder zu Äh Äh Das lass ich auch mal nicht So Das tache ich jetzt zu Das lass ich so grad die Hm Der Vätze stört sich ein bisschen So stört der weniger Äh Wir sind klein, kaum arbeiten, aber egal So 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 Das tache ich mal zu und So Ich wollte schon sagen Da machen wir so Dinge Aber Diese Dinge Seht ihr dann Ich hab zwar zeitig im Überblick, aber wer weiß Vielleicht ist ja auch gleich ein Ein Booster genau Ein Folgeübergang Und Dann müsst ihr halt einen Tag oder Keine Ahnung wie lange warten, bis ihr die Folge seht So Egal Das Dann Abonniert Ja Am